Morgen oder Mittag. Ich hab grad die Kleine ins Bett gelegt. Und immer bevor sie einschläft, ist sie so hellhörig. Wenn ich zu laut bin, dann steht sie wieder auf und findet nicht zur Ruhe. Und dann find ich nicht zur Ruhe. Und bin total unausgeglichen dann den ganzen Tag. Und deshalb bewege ich mich jetzt durchs Haus wie ein Ninja. Ich schleiche herum auf Zehenspitzen. Hab sogar die Waschmaschine ausgemacht, damit sie nicht trommelt. Und auch den Trockner. Hab vorher paar Hemden trocken gepustet. Weil das einfach leiser ist. Und jetzt musste ich groß auf Toilette. Und ich glaub, ich werd nicht spülen. Weil sie sonst halt davon wach wird, dass ein altes Haus, die Spülung ist ernstlaut. Natürlich, natürlich stinkt mir das. Aber wenn man seine Ruhe haben will, muss man Opfer bringen. Ja, so das ist das. Ich machte hier. Ich hab mich nicht drittet. Und dann werden wir es. Ich hab mich nicht hier. Ich hab mich nicht.. Ich hab mich nicht drittet.